Yo Leute, ich begrüße euch. Ich war ja jetzt wirklich schon weitchen weg, beziehungsweise genau genommen bin ich schon wieder sieben Aufnahmen da. Ja, jetzt fragt ihr euch, hä, was ist denn da los? Ist der behindert? Was ist denn los mit ihr? Nein Leute, und zwar ist so, der erste Part ist beim Rendern gefailt und ich hab was nicht gemacht, genau, ich hab nicht nachgeguckt. Und hab dann jetzt vorhin gesehen, ach geil, Hammer, erster Part ist für den Arsch, kannst du wegschmeißen. Hatte aber auch nicht mehr die Aufnahme, noch geiler, ich weiß. Und deswegen muss ich jetzt den ersten Part nochmal aufnehmen, also entschuldigt bitte, falls ich das jetzt schon alles kenne und so weiter und so fort. Wir spielen Red Faction Armageddon und, ähm, ja, ich würd sagen, neues Spiel annehmen, normal, okay. Ich spiel jetzt einfach bis dahin, wo der zweite Part aufgehört hat und, ähm, ich hoffe einfach mal, dass das dann nicht so ein Problem ist, falls der zweite Part dann, oder was heißt falls, der zweite Part wird komplett anders sein. Weil, da hab ich halt noch gedacht, dass alles super ist, ne, Leute? Also, wir waren heros, aber heros haben sie, und einer, ein selbst-styletten Messias namens Adam Hale, hat zurückgekehrt mit einem Arsch, um Mars zu retten, um Mars zu retten. Es ist eine Krieg, die er verletzt. Jetzt Hale's Kultus haben die Terrorformer getötet, die eine Sache, die unsere Atmosphäre stabilisieren, und planen, um es zu zerstören. Wenn der Terrorformer runtergeht, wir gehen mit ihm. Ja, und was ist ein Monkey Wrench? Es ist ein Pyrrhic Victory. Du bist mein Spezialist? Darius Mason, 3rd Engineer. Mason? Du solltest, du solltest, du solltest, um das zu retten. Du solltest, du besser wissen, dass du dein Schiff. Weil, wenn die Hostels aufhören, wir brauchen, dass das Dämpfeiert wird, bevor das ganze Schiff fallen in. Entstanden, Sergeant. Remember, Adam Hale ist ein Kill aufsicht. Jetzt, Lock und Load. Die Kondition ist deteriorating. Hang auf, es wird getrennt. Und wir sind in-game. Ja, und zwar, es sieht so aus, ich lasse das mal im Hintergrund einfach laufen, ihr könnt das ja lesen. Das Spiel ist soweit, ich weiß nur auf Englisch, das wusste ich vorher auch nicht, aber, naja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, und zwar... Okay. Rauf, runter. Ja, okay. Ja, das hier ist so ein kleines Tutorial. Okay. Ähm, und zwar ist es so, äh, wer Red Faction gar nicht kennt, für den sag ich das jetzt nochmal. Und zwar ist Red Faction ein, ähm, Third-Person-Shooter, würde ich mal behaupten. Der aber eine kleine Besonderheit hat, würde ich mal sagen, weil... Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Weil nämlich hier alles zerstörbar ist. Also, ja, was heißt alles? Sagen wir mal 90... Ja, 95%. 95% sind zerstörbar. Was jetzt nicht zerstörbar ist... Ja, hier habe ich jetzt eine Plasma-Kanone, zeige ich euch einfach mal. Was nicht zerstörbar ist, sind hier diese Felsen. Die gehen nicht kaputt. Aber was zum Beispiel kaputt geht, ist... Hm. Das da. Also, ihr seht, hier ist wirklich jede, jede Menge Zeug. Das einfach mal in die Luft gesprengt werden kann oder auch einfach so kaputt gemacht werden kann und alles. Ich persönlich feiere das richtig. Ich liebe dieses Spiel. Also, dieses Spiel hier kenne ich jetzt noch nicht, aber die anderen Red-Faction-Teile habe ich sehr gemocht. Jetzt haben wir gerade Barschrott eingesammelt. Wir brauchen den, um hier Upgrades und so zu kaufen. Werdet ihr noch sehen. Und ich versuche hier gerade ein bisschen vorwärts zu kommen, aber das will nicht so ganz funktionieren. Da müssen wir wohl ein bisschen Platz schaffen. und reißen einfach die Wand ein. So. Und, ähm, ja, ihr seht schon. Also, hier ist wirklich... Hier hat irgendwie... Alles gelitten, wenn man hier drauf ballert. Was ich persönlich ziemlich geil finde. Äh, hier jetzt auch einfach mal so... Einfach so den Turm kaputt gemacht. Das ist richtig geil. Und, ähm... Ich weiß es nicht. Also, irgendwie... Ich feiere das. Ich weiß gar nicht, geht das... Das hier geht auch nicht kaputt. Ja, okay, das ist aber auch mit dem Berg verbunden. Das ist irgendwie schon klar. Also, es gibt wirklich schon ein paar Teile, die halt dann, ähm, nicht einstürzen. Beziehungsweise, die man auch gar nicht kaputt machen kann. Aber so den Großteil kann man sehr schön kaputt machen. Vor allem, ähm, auch sehr detailreich. Ähm, hier sind jetzt sogar Sachen, die wir kaputt machen müssen. Ich sammle mal gerade ein bisschen hier was ein. Einfach mal kurz so in die Luft gesprengt. Und ihr seht, also, das fällt auch wirklich einigermaßen realistisch um, würde ich mal behaupten. Also, ähm... Natürlich gibt es hier immer mal wieder so Aktionen, die dann einfach da so reinhängen. Aber es sind so Kleinigkeiten, also über die kann man auch hinwegsehen. Wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr das Let's Play nicht gucken. Ganz einfach. Ähm, wie gesagt, ich hab schon, ich glaube, sieben Parts oder so aufgenommen. Die sind auch alle okay, bis halt auf der erste. Und deswegen nehm ich den jetzt einfach nochmal auf. Mein Gott. Äh, ich werde... Soweit spielen. So. Ich werde soweit spielen, wie ich bei dem anderen Part auch gespielt habe. Sollte ich jetzt hier dieses Mal länger als 15 Minuten brauchen, äh, werde ich auf jeden Fall dann halt, ähm... Oder werdet ihr auch sehen, die nächsten Parts alle in 15 Minuten, beziehungsweise 15 Minuten ein paar zerquetschte haben. Also, ähm... Das ist so die Einheitsgröße, könnte man behaupten. Einfach, weil das ist am kompaktesten, mehr oder weniger, und am praktischsten, ja... Sollen wir das hier mal einreißen? Warum eigentlich... Warum nicht? Komm. Und tschüss. Jetzt vibriert gerade mein Handy. Wahrscheinlich habe ich wieder ne Nachricht bekommen bei Facebook. Weil ich bin ja Fame-Bitch und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, scheiße. Jo, wusste ich's doch. Wäre ich noch einen Meter weitergegangen, lag ich jetzt... Lag ich? Würde ich jetzt unter den Steinen liegen. Wie auch immer. Lag ich jetzt unter den Steinen. Sagt man das überhaupt so? Keine Ahnung. Kann ich hier nicht rauf? Oder muss ich ganz zurückgehen? Ja, also, da sind auch Feinde, die jetzt auf uns ballern, aber... Um die mal schmück kein Kopf. Die sind... Ach, die sind keine Herausforderung. Bitte. Also, Herausforderung würde ich das jetzt hier nicht nennen. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass ich... Äh, ich spiele übrigens auf normal. Ich weiß gar nicht, ich habe es anders gesehen. Ich glaube, ja. Ähm, auf jeden Fall spiele ich halt auf normal. Ey, hör mal, Kollege. Hey, du kriegst mal lockerflockig ab in die Mülltonne. Was mir direkt aufgefallen ist bei diesem Teil von Red Faction... Abflug... Oh, 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 ich bin fast tot. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist bei diesem Teil von Red Faction... Hier gibt es keine Minen. Normal. Also, ja, sonst gab es die eigentlich immer. Soweit ich... Alter. Ach so, ein Umschel. Äh, soweit ich weiß. Gab es so Minen, die konnte man zünden. Die gibt es jetzt hier nicht. Aber ich meine, dafür gibt es direkt am Anfang dieses Plasmagewehr. Was ja jetzt nicht gerade wenig zerstört. Muss man ja auch mal sagen. Okay, im Arsch. Und wir haben jetzt die Aufgabe, mehr oder weniger... Also, das ist eher... Scheiße, was war denn das für ein dummer Arsch? Shit hier. Ah, in Deckung bleiben wir da oben. Raketenwerfer hat. Ich schieße ihn mal so ab. Oh, shit. Okay, aber... Es sieht jetzt gar nicht gut aus für die Herren. Ich werde das Haus hier einfach in die Luft jagen. So. Ähm. Einfach rein. Das Haus wird jetzt zusammenbrechen. Jedenfalls sollte es das. Wenn nicht, dann dauert das noch einen Moment. Aber eigentlich sollte ich jetzt gleich zusammenbrechen. Weil es ja eigentlich nur noch... Auf einer Seite hält. Ja, man sieht also, die Physik hat manchmal noch so ein paar Patzer. Aber... Mal ernsthaft. Also... Alleine die Tatsache, dass man hier alles so zerstören kann, ist doch schon ausreichend. Was ist das Haus? Schrott. Also, ich finde es wirklich richtig geil. Ich bin auch wirklich am Schwärmen in den nächsten Parts. Von wegen, wie toll ich das alles finde und so. Ähm, ich werde jetzt hingehen. Diese Türme kann man leider auch nicht zerstören. Die sind auch nur Kulisse. Bei Red Faction Guerilla, also bei dem Vorgänger, da war es so, da gab es direkt am Anfang so riesige Türme. Die konnte man auch einfach einreißen. Das war auch richtig fett. Hier ist überall Barschrott. Ich brauche den zwar nicht, weil ich gleich meinen anderen Spielstand lade. Aber es geht einfach da drum. Es geht ums Prinzip. Versteht ihr? Ums Prinzip. Wenn man sich da nicht durchsetzt, ne? Dann, dann, ne? Dann, dann setzt man sich gar nicht mehr durch. Finde ich scheiße. Und jetzt sind wir auch gleich schon am Ende, wie ich das hier sehe. So. Also, ihr seht vielleicht, dass da gerade die Frames etwas runtergehen. Ich, äh, habe das Spiel momentan auf Ultra. Lustigerweise hat das bei der ersten Aufnahme nicht geleckt, beziehungsweise Probleme gegeben. Jedenfalls nicht sichtbar. Ähm, es wird wohl so sein, dass ich dann einfach im nächsten Part, einfach um sicher zu gehen, werde ich dann, äh, ein bisschen die Grafik runterstellen. Was jetzt eigentlich, eigentlich ist es kein Problem, aber, ähm, naja, wir wollen ja eine flüssige Aufnahme, beziehungsweise, äh, ich habe zwar einen recht guten PC, aber bei so vielen Objekten ist es manchmal irgendwann so, dass es doch ein bisschen spackt. Und das müssen wir eigentlich haben. Das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Warum stürzt das hier nicht ein? Ach, töten wir die noch. Ich habe mich ja beim letzten Mal so voll behindert hier um die Ecke getötet. Und ich muss sagen, dieses Gewehr, so cool das eigentlich ist, ist ja echt schlecht. So. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Ja, damit. Danke. Ja, ich weiß doch. Kaputt gemacht. Einfach alles kaputt machen. Aber warum stürzt das nicht ein? Das verstehe ich gerade nicht. Das möchte mir nicht in den Kopf. So, jetzt aber. Einfach so. Und wisst ihr was? Wir nehmen mal noch den Turm hier mit. Tschüss, Turm. Und ihr seht, es geht einfach schön kaputt. Haben wir hier noch was? Also, Häuschen. Ist auch im Arsch. Noch irgendwas, was wir einreißen können. Ich kann die Muni ja wohl kurz, kurzerhand kann ich hier mal die Munition verschwenden, weil er im Grunde, äh, wie geil. Da ist irgendwas gewesen, was jetzt explodiert ist. Habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Können wir die hier kaputt machen? Ja, tatsächlich. Okay, einen Schuss haben wir noch. Ich würde sagen, den Semmel mal einfach hier rein. So. Und dann würde ich auch schon behaupten, ich verabschiede mich mit dem ersten Part von Red Faction Guerrilla, der ja leider ein bisschen gefällt, ist beim ersten Mal aufnehmen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich glaube aber, ihr werdet zwar kraften, weil so viel mehr hat man im ersten Part auch nicht gesehen. Eigentlich sogar genau das, was man jetzt auch gesehen hat. Nur, ich habe das jetzt halt alles schneller ein bisschen gemacht. Ähm, ich würde sagen, bis dahin und haut rein. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Bis dahin. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.